So, Freunde, T.Loni hier, Folge 8.5. Ja, irgendwie komisch, was ist da los? Also Folge 8.5 von, ja, wo habt ihr draufgeklickt? Ihr werdet es ja selber wissen. Von Pokémon Feuergrün. Ich muss sagen, ihr wisst ja vielleicht, ich bin im Vorproduktionsmodus und ich schaffe es nicht mehr, Feuergrün aufzunehmen. Es tut mir sehr leid. Alles andere ist vorproduziert für drei Wochen Feuergrün. Ich kriege es leider zeitlich überhaupt nicht mehr hin. Und dabei habe ich schon durchgemacht. Ich habe schon eine Stunde geschlafen. Weil gerade gerendert ist, sonst hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Und, äh, also, ja, ich würde, ich, ich, ich sage mal so, ich versuche. Ich versuche, ähm, in den Ferien irgendwie eine Aufnahmemöglichkeit aufzutreiben. Wenn es nichts wird, nichts wird, seid nicht böse. Ihr wisst Bescheid. Ich habe, ich habe es wirklich versucht. Leider, irgendein Projekt musste zu kurz kommen. Animal Crossing musste zu Ende. Es belangt, hier waren die Runs schon aufgenommen. Die kann ich ja nicht unkommentiert so stehen lassen. Das geht ja nicht. Und alles andere hatte ich schon, ja, Feuergrün. Wenn es morgen, äh, wenn es morgen Folge 9 gibt, ihr wisst Bescheid. Ich habe was gefunden. Es hat was, es hat funktioniert. Wenn nicht, ihr wisst auch Bescheid. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sauer. Und, äh, ja, irgendwann in den nächsten drei Wochen versuche ich weiterzumachen. Mal schauen, wie es so läuft. T.loni, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und hoffentlich bis Folge 9, die, ja, wie gesagt, hoffentlich sehr bald stattfinden wird. Bis dann.